Ach ja, richtig, ich bin ja, ach ja, so warte mal, hier und dann muss ich da lang, ne? In der andere Eingang. Nein, 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 nicht schon wieder Puderschnee, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh Gott. Hit City, okay. Wenn du machst Laune, sagst du, oh nein, ich hasse Schnee, ich schwöre, ich hasse Schnee. Ja, nein, bitte nicht, ich habe gerade so viel Kohle mit mir, bitte nicht, bitte nicht. Ich muss da rein, ich muss da rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, bin dort mit in Timo, wechsel bald von der Illigan, aha. Hast du genug von Illegal, oder wie? So, jetzt müssen wir erstmal die Orientierung finden, wo mein Zuhause ist. Wo ist hier schon wieder Kohle? Gibt es denn jetzt nach Hause gehen? Und auch amerikanisch angehaucht, oder? Eingedeutscht. Ah ja, schau zuvor. Weil am Anfang war es voll cool, aber dann lief ein bisschen was schief und aufgebaut. Also den Namen und jetzt... Ach Gott. Das ist auch super ätzend dann, ne? Warte mal, das könnte mein alter Eingang sein. Was willst du jetzt machen? Was für eine legale Fraktion? Ich glaube, ja, genau, hier, hier bin ich richtig. So, von hier aus, da rüber und dann müsste ich auf dem Weg nach Hause sein. Äh, nee, um Gottes... Ja, ich fühle das, ich fühle das. Wo kommst du, eine Beachbar? Ja, schön. Ein bisschen fehlt mir das auch, muss ich gestehen. Ich habe mir letztens wieder Clips angeguckt, das war schon... Oh. So. Da lang. Ah, ja, ja, mal gucken. Es ist ja... Also, eins, was ich jetzt mitgekriegt habe, ist halt einfach, dass halt, ähm... RP halt sehr Z-intensiv ist. Und da ich ja nun mal prima nur abends kann... ...ist das halt doch schon immer ein bisschen problematisch. Von daher. Mal gucken. Naja. Ja, ich habe eigentlich auch gesagt, ich werde auf keinen anderen Server gehen. Von daher, also, ich werde auf jeden Fall noch Pause machen und, äh... ...mich von dem Alten dann halt noch ein bisschen abnabeln. Oh, dann gucken wir mal. Ist halt schwierig, weil ich immer nur abends kann, ne? Das war ja bei dem anderen ja auch. Wenn ich dann IC gehe, dann sind die meisten ja schon Richtung Rotsee. Okay. Da sind bei euch mehr Nachtaktive. Ist natürlich praktisch. So, was machen wir denn jetzt? Ähm... Wir müssen mal die ganzen Sheet hier abladen. Wo ist denn mein... Der ist da. So, haben wir was zum Schmelzen? Zip. Zip. Und dann mal ein bisschen Kohle rein. So. Dann gehen wir mal runter ins Lager. Seit November? Okay. Die Kohle können wir mal hier reinschmeißen. Noch mehr Kupfer. Ist ja schrecklich. Schrecklich, dieses Kupfer. Da haben wir auch noch mal Kohle. So. Oh, tschau. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Super lieb von dir. Dankeschön. Wer ist das denn? Heavy City, ne? Sagtest du, glaube ich. Oh Gott, das wäre... Äh... Ich glaube, Heavy City sagtest du, oder? Muss ich mal gucken, ob ich mir so was darüber rauskriege. So, die packen wir hier wieder hin. Haben wir sonstigen Stuff? Ja. Fäden. Einmal Faden haben wir. Die ist noch leer. Okay. Da kommen die besonderen Sachen hin. So einen ersten Smaragd haben wir. Ach komm, Schneeball packen wir auch hin. Da ist die Hacke. Heat City. Okay. Äh... Warte. Muss ich mir aufschreiben. Heat City. Gab's wieder ein Update? Schon wieder? Okay, das werde ich dann wohl mal checken müssen. Habe ich gar nicht mitbekommen. Kommt am 18. März. Ich dachte, das wäre es schon. Ist... Total mir vorbeigegangen. Am In-Game-Einreise. Oh, In-Game-Einreise. Oh, wie cool. Verstehe, verstehe. Am 18. März kommt das Update. Ach so. Ne, hab ich... Ja, 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 ja. Ich habe das letzte jetzt auch nur angezockt. Also das freie Bauen finde ich schon nett. Kenne ja noch, wo sie... Äh, wo man diese festplatzierten Plätze nur hatte. Äh... Und die neuen Tiere halt, ne? Die kenne ich auch. So. Bruchstein. Du kannst auch erstmal rein. Du kannst auch erstmal in die Truhe. Und einmal Bruchstein nehme ich mir wieder zurück. Glas kann erstmal in die Dings. Und... Keine Ahnung, wofür ich das noch brauchen werde. Gut. Also ich mag das Spiel an sich ja super gerne. Wie gesagt, ich habe das schon gespielt, nachdem es rauskam. Im Early. Ich finde, das hat vom Ding her einfach super gut gemacht. Äh... Schrecklich, Kupfer. Habe ich nicht Eisen gefunden gehabt? Wo ist denn mein Eisen hin? Hä? Ich habe doch Eisen gefunden. Ich dachte, ich hätte Eisen gefunden. Bist du oben reingeschmissen? Äh, ich hatte übel viel Schweine. Ja, das stimmt. Da muss man echt aufpassen. Das artet voll schnell aus. Das artet richtig. Hatte ich nur zweimal Eisen? Okay. Wenn man da nicht hinterher ist, äh... Man schneidet leicht die Überproduktion. Äh, was ich jetzt noch machen muss, was... Äh, 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 Milchkühe hatten wir. Ähm, Schweinekühe will ich noch machen. Genau, da bin ich stehen geblieben. Schweinekühe. Und da kann man ja, äh, den Tieren jetzt auch Namen geben. Pferde... Sind Pferde schon raus oder kommen die jetzt am 18? Pferde? Ja, 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 oder frühzeitig, äh, ne? Im Zaum halten. Pferde sind schon draußen, okay. Ja, so weit war ich noch nicht. So. Ähm. Wie viel Weizen haben wir denn jetzt? Trennen. Trennen. Ähm. Okay. Hallo, Weizen. Weiter, danke. Äh. So. Jupp. Ich würde gerne noch haben wollen, dass man, ähm, Reizenfelder machen kann in Ranch Simulator, wo du denn das Futter für die Tiere selber anbauen kannst. Finde ich auch noch witzig. Und ich finde, eigentlich musst du Ranch Simulator mit mehreren spielen, oder? Also ich finde, gefühlt, finde ich, äh, ähm, wird es sonst immer zu viel, oder? Also man kommt ja gar nicht mehr hinterher mit, äh, Viecher und hier und da und Produktionen und dann sollst du da noch. Und musst du hier noch? Äh, nee. Das war falsch. Äh, wo ist denn meine Hacke? Ach da. Eins, zwei, drei, vier. Jupp. Schaufel. Bruchsteintreppe. Das war jetzt kann dahin. Dann haben wir hier noch einmal Saatgut. Dann kommt hier... Gänge. Genau. Ich muss hier... Und die Abschlusskante hin. Ah, lef... Ich hab mir jetzt schon mal... Hm... Ja. Farmers Live. Oh, warte, das hab ich schon mal gehört. Farmers Live. Farmers... Ich hab momentan... Letztens hat so viele Spiele durchgecheckt. Es gibt, ähm... Es war Steam in der, äh, in der Pre-Order. Also Wishlist. Rangers. Ah, warte, 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 warte. Wie hieß denn das? Rangers? Das ist so ein bisschen... Range Simulator und, ähm... Woran hat mich das erinnert? Hab's vergessen. Warte mal. Warte, 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 warte. Äh, Wishlist. The Rangers. Genau, so heißt das. Das sah auch nett aus. Auch ein Farmspiel, ne? Wie hieß denn das? Ähm... Ich komm nicht drauf. Das gibt's doch nicht. An welches Spiel erinnert mich das? Ähm... Ähm... Meinst du, ich komm jetzt drauf? Äh... Äh... Stardew Valley. Stardew Valley, aber in... in schönerer Grafik. Äh, äh... The Rangers. Musst du bei Steam mal gucken. Macht einen witzigen Eindruck. So, was wollte ich denn jetzt vor lauter Schreck? Äh, ach so, ein Löffel. Ähm, nicht Löffel. Ähm... Holz. Ich brauch Holz und dann brauch ich Stiele und dann brauch ich eine neue Schaufel. So. So ist die Reihenfolge. Kennst du Stardew Valley? Kennst du Stardew Valley? Ah, genau. Und, äh... Ich bin ja nicht so der Freund von der Grafik. Bin ich ja ehrlich. Das ist nicht so meins. Ähm... Und das ist ein bisschen so wie Stardew Valley, aber halt in einer hübscheren Grafik. Finde ich. Laut Vorschau-Bilder. Und... Da bin ich mal ein bisschen gespannt drauf. Also wenn das rauskommt, vielleicht gibt es auch ein Demo davor. Ich hoffe. Momentan sind ja wieder viele auf, äh... Demos. Ähm... Das würde ich mir gut vorstellen können. So, jetzt haben wir ein bisschen Holz. Wie Story of Season zum Beispiel. Wobei mich, äh... Es... Ja, Story of Season. Es erinnert mich ein bisschen mehr an Stardew Valley. So. So. Das. Und dann machen wir Sticks. Und mit den Sticks machen wir uns eine neue Schaufel. So. Perfekt. Ähm... Welche? Genau. Also, soweit ich weiß... Also... Die... Ähm... Die Projektleitung natürlich. Der Dev. Und, ähm... Ich glaube auch einige alte Spieler sind wohl wieder zurückgekommen. Glaube ich. Aber... Genau das weiß ich auch nicht. Das interessiert mich auch nicht so... Wirklich. Sub. Erzählt mir doch echt noch eine Stufe. Real Talk. Mh... Da. Was machen wir denn für einen Fußboden? Sag mal. Plups. So. So und so. Einfach nur einen Holzfußboden. Steinfußboden. Ein Ziegel. Dafür brauche ich Stein. Ich habe doch schon angefangen, Stein zu... Ah, den habe ich unten ins Lager gepackt. Stimmt. Warte. Warte. Hm, hm, hm. Dup, dup, dup. Aber dafür nehme ich die Kohle raus. Mach Holz rein. Und Bruchstein. So, dann kannst du mich... Warte mal. Nehmen wir hier die Hälfte raus. Machen da die Hälfte wieder rein. Dann habe ich doch im Lager schon Stein drin. Ja, ich sage mal so. Ja, nicht nur Community. Ähm. Naja, das Paket muss jetzt stimmen, ne? So, hier ist Stein. Perfekt. Dann nehmen wir nochmal ein bisschen Bruch raus. Bruchstein. Brennst du auch? Ach, du brennst auch. Sehr schön. Erde. Erde. Hm, 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 hm. Gut. Zip. Naja, letztendlich muss das Gesamtpaket stimmen. So. Ab in die Haie. Alles. Das ist ja das Schlimme. Das ist halt schwierig, ne? Natürlich halt, äh... Zu versuchen, alles unter einem Pott zu kriegen. Dup, dup, dada. So, dann geht gleich weiter. Zip, dup, dada. Zip. Äh, wie viele Steine haben wir denn? Oh, komm mal, hier können wir noch 10 mitnehmen. Und hier? Neune nehmen wir mit. Kriegen wir da raus? Nee. Ah, perfekt. Cool. Okay. Okay. Ja, nur Supporter in Rang 3. Ich meine, du bist Supporter und ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal nice. So. Okay. Huch, Mist. Gut. Wie bauen wir jetzt eine Tür? Nein. Tür. Nein. Ähm. Was für ein Buch? Ey. Tür. 2 mal 3. Okay. Das heißt, wir müssen wieder Holz besorgen. Jawohl. Können wir gleich mal den einen Setzling pflanzen. Zack. Apropos, liegen irgendwelche Setzlinge rum? So, zur Moderatorin werden. Okay. Was heißt? Moderatorin? Das ist dann quasi die kommunikative Verbindung zu... Noch mehr, aber ja, natürlich. Natürlich. Das ist dann quasi die kommunikative Verbindung zwischen Spielern und... Und oben. du kommst mit. Du kommst mit. Ja, genau. Okay. Okay. Ich hatte kurz Angst, ich fall runter. So. Was heißt der Hardcore? Oder Medium? Ich nehme mich auch noch mit, was ich habe, habe ich. Ich nehme mich auch noch mit, was ich habe, habe ich. Und drücke ich euch die Daumen, ne? Aber das heißt ja schon mal, dass ihr zumindest Spiele habt, die ihr... Dann ja doch eigentlich schon wissen sollten, was sie tun. Bei Hardcore. So. Gucken, dass wir noch ein bisschen was einsammeln. Jawohl. Da ist noch ein Setzling. Da unten liegen auch noch welche. Zack. Die nehmen wir mit. Zack. Zack. Nehmen wir mit. Ähm. Ach, jetzt habe ich die Holzdinge, habe ich jetzt... Egal. Egal. Macht nix. Können wir neu machen. Wieso? Was hat sie gemacht? Ja, hoffe ich doch. Ich wollte ja mal gucken. Sieht scheiße aus. Das sieht scheiße aus. So reicht. Ich bin schlüssig. Wird das noch bekloppte? Wird das noch bekloppte? Wird das noch bekloppte? Ich könnte aber auch einfach verlängern. Dann kann hier nachher die Laterne runterhängen. Das ginge auch. Ich stehe so in der Werkstatt. Bin gerade im Support fertig damit. Dann sind wir auf das... Warte mal. Mit hier ein Stück. Ich rede mal kurz. Ich gehe mal kurz.